Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. Wir sind wieder bei dem Leistungsschild, also dem Typenschild eines Motors. Und ich hatte zwei Videos schon gemacht, die so ein bisschen Grundlagen erklären, aber sie bleiben bei diesem Feld. Dreieck 400 Volt, was sagt uns das? Und da drin ist die zulässige Strangspannung versteckt. Und ich finde persönlich irgendwie ein komisches System, was gewählt wurde, aber habe ich ja nicht zu entscheiden, so habe ich nicht auszusuchen. Hätte ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Wenn man es aber mal verstanden hat, dann geht es eigentlich. Okay, was heißt also jetzt Dreieck 400 Volt oder all diese anderen Angaben, die es da geben kann? Dazu habe ich einfach nochmal eine Stern- oder Dreieckschaltung genommen, um bei den ersten ein, zwei Beispielen das nochmal so ein bisschen genauer zu erklären. Grundsätzlich gibt es aber zwei Videos zu, die den Zusammenhang von Strangspannungen und Leiterspannungen in Stern und Dreieck erklären. Das solltet ihr vorweg vielleicht mal schauen. Und ich habe so ein paar Beispiele. Die sind vor meiner Tabelle. Oh, da ist das erste schon, wollte ich so viel verraten. Und wir haben also hier links die Angabe, die auf dem Typenschild stehen könnte. Ein paar Beispiele habe ich jetzt rausgenommen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die da stehen können. Aber die Idee ist eigentlich folgende dahinter. Ich versuche aufgrund dessen, was da steht, rauszufinden, was ist eigentlich die zulässige Strangspannung. Also ein Strang ist eine Spule, völlig egal wie sie gestaltet ist. Was kann eine Spule ab? Und wenn ich sie dann in 400 Volt schalte, also in der höheren beiden Spannung unseres klassischen Netzes, 230 Volt, 400 Volt, muss ich mir dann in einem dritten Schritt quasi oder in einem nächsten Schritt die Frage stellen, wie darf ich denn den Motor maximal mit 400 Volt betreiben? So, das ist das, was man versucht herauszufinden. Man schaut sie also an, was für Angabe gibt es. Daraus versucht man abzuleiten, welche maximale Strangspannung hat dieser Motor. Und dann als drittes, wie darf ich ihn betreiben bei der höheren Spannung? Bei uns jetzt 400 Volt. Gibt aber auch andere Netze. Ich habe zum Schluss noch ein fiktives Beispiel zu einer Spannung oder einem Netz, was nicht das klassische Netz ist. Okay. Also, das Einfachste aller Möglichkeiten ist, ich habe hier vorne ein Dreieck und da steht 400 Volt. Gucke ich mir mal die Dreieckschaltung an. Das sagt jetzt also nichts anderes aus. Ich lege zwischen L1 und L2 400 Volt an. Das gilt natürlich auch für L1, L3 und L2, was ich hier sage. Aber als Beispiel. Ich lege, darf anlegen zwischen L1 und L2 400 Volt. Wie hoch ist die Strangspannung? Und ihr seht, wenn da ein Dreiecksymbol ist, ist ja die Leiterspannung gleich der Strangspannung, oder? Hier teilt sich nichts. Also kann ich jetzt aus dieser Angabe ablesen. Dreieck 400 Volt heißt nichts anderes, als dass die zulässige Strangspannung 400 Volt ist. So, wenn sie sowieso schon so ist, ist das der dritte Schritt natürlich total einfach. Wenn ich 400 Volt also anlege, oh, so weit war ich noch gar nicht. Wenn ich 400 Volt anlege, darf ich es natürlich in Dreieck betreiben, weil das ist ja die Aussage gewesen. Ihr seht also zulässige Schaltung bei 400 Volt. Dreieck. Okay. Wir machen mal ein bisschen komplizierter. Was ist, wenn da steht Stern 400 Volt? Gucken wir uns auch nochmal einmal an. Danach bleibe ich in der Tabelle. So. Dann darf ich bei L1, L2 natürlich trotzdem 400 Volt anlegen. Aber ich bin jetzt in einer Sternschaltung. Das heißt, über jedem Strang sind nur noch 230 Volt. Weil die über Wurzel 3 miteinander verkettet sind. Wie gesagt, guckt euch das Video sonst nochmal an. Das heißt, ich bekomme jetzt raus, wenn das da steht, dann habe ich eine zulässige Strangspannung von 230 Volt. Und wenn ein so ein Strang nur 230 Volt ab kann, gucken wir uns das mal an, dieser Strang kann nur 230 Volt ab in der Dreieckschaltung, dann darf ich hier eben nicht 400 Volt anlegen, sonst geht der Strang kaputt. Das heißt, ich darf diesen zweiten Motor nur, wenn ich ihn an 400 Volt betreiben möchte, wirklich nur in Sternen betreiben. Ich darf ihn gar nicht in Dreieck betreiben. Sonst geht er kaputt. Also so ein bisschen das System dahinter. So, drittes Beispiel. Da steht jetzt Stern 230 Volt. Dann könnt ihr ausrechnen, 230 geteilte Wurzel 3, dass die zulässige Strangspannung 133 Volt ist. Das heißt, an 400 Volt darf ich ihn gar nicht betreiben. Weder in Sternen noch an Dreieck. Mal sonst wieder kaputt gehen. Und jetzt gibt es so ein paar Sachen, die sind ein bisschen wirr. Man könnte ja bei dem System bleiben, so diese ersten drei, die ich da hingeschrieben habe. Ist aber leider nicht so. Es gibt noch viele weitere Variationen. Es kann da nämlich auch stehen, ein Dreieck, 230 Volt, denn so ein schräger, Stern 400 Volt. Dann ist es so, im Dreieck 230 Volt, ihr seht immer, wenn da ein Dreieck ist, ist offensichtlich, die Zahl, die beim Dreieck steht, weil da ja die Strang- und die Leiterspannung gleich ist, das ist immer auch gleich die Strangspannung. 230 Volt. Und ich darf ihn natürlich auch hier im Dreieck mit 400 Volt betreiben, denn über die Verkettung käme ja auch 230 Volt pro Strang. Das heißt, dieses Ding hier, dieser Ausdruck, ist nichts anderes, als wenn ich hinschreiben würde, Stern 400 Volt. Das hintere Teil wird also reichen. Dann könnte man trotzdem dieselben Aussagen draus tätigen, aber manche schreiben trotzdem noch Dreieck 230 Volt davor, weil immer wenn ein Dreieck auftaucht, hat man die Strangspannung. War so gar nicht so schlecht. Ich schreibe ein bisschen mehr und hat auf jeden Fall immer von der Strang die Spannung, wo das Dreieck steht, ist immer die Strangspannung. Und jetzt ist es so, hat sich einer ausgedacht, wahrscheinlich, ja, ein Dreieck vorne ist blöd, ich mache das Dreieck nach hinten und auch hier ein Stern nach hinten, das gibt es auch noch. Sagt aber exakt dasselbe aus. Und dann gab es offensichtlich noch eine Person, die gesagt hat, nein, ich schreibe erst die Spannung hin, 32 Volt, schräger 400 Volt und dann mache ich noch mal Dreieck schräger Stern. Sagt aber auch dasselbe aus. Das heißt eigentlich nichts anderes als 230 Volt gehören zu Dreieck, 400 Volt gehören zu Stern. Es gibt ja auch irgendwie, ja, nachher Motoren, die, wo das hier Sinn macht, so eine Schreibweise. Also, die ist gar nicht so negativ, wie ich das gerade sage. Also alle diese Schreibweisen machen schon bei bestimmten speziellen Motortypen nachher irgendwo einen Sinn. Nur, dass ihr dann wisst, wozu es führt. Und als letztes habe ich einfach mal so einen Motor genommen. Also, es gibt nicht nur 230 Volt, schräger 400 Volt, das ist natürlich das klassische Netz, was wir haben. Aber, also, theoretisch geht es ja jede Spannung. Aber was weiß ich, wenn ihr eine Industrie seid oder so, gibt es natürlich auch 96 Volt und und und. Ein Beispiel also zu einer solchen Spannung. Wenn ihr Dreieck, äh, Stern, Entschuldigung, 690 Volt da stehen habt, heißt das doch nichts anderes, dass 96 geteilt durch Wurzel 3 sind die 400 Volt. Ich habe eine Strangspannung von 400 Volt und wenn ich diesen Motor in meinem 400 Netz betreiben wollen würde, dann darf ich ihn natürlich auch in Dreieck betreiben. Denn, da ist ja die Strangspannung gleich die Leiterspannung. Ihr seht, hätte ich jetzt einen Euro bekommen für jedes Mal dass ich Sterne oder Dreieck sage, wäre ich wahrscheinlich schon reich. Ähm, das ist das System dahinter. Ihr müsst also versuchen, aus dieser Angabe hier auf der linken Seite aus dieser Tabelle, wo ein paar Beispiele hier jetzt einfach sind, die zulässige Strangspannung rauszubekommen. Und wenn ihr in unserem klassischen Netz seid, stellt ihr euch dann als zweites die Frage, wie müsste ich denn oder wie darf ich ihn schalten maximal bei 400 Volt. So, das ist das, was hinter dieser Angabe so ein bisschen verbirgt. Okay, und bevor ich heute nach der Folge von Stern Dreieck träume, würde ich sagen, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. und dann lassen sich ja nicht so das ist die Frage, weil ich ja auch schon einset da, es ist nicht so, aber ich werde mit dem ątplierst,